In Großbritannien übernimmt der Vorsitzende der konservativen Sunak heute das Amt des Premierministers. Zur Stunde empfängt König Charles III. den früheren Finanzminister und beauftragt ihn formell mit der Regierungsbildung. Anschließend will Sunak vor seinem Amtssitz in der Downing Street eine Erklärung abgeben. Der 42-Jährige löst Liz Truss ab, die nach nur 6 Wochen als Premierministerin und Tory-Chefin ihren Rückzug angekündigt hatte.